Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen ein Geheimnis verraten während der anderen Zeit. Gestern rochst hier ein bisschen anders um die Uhrzeit, aber die Uhrzeit ist falsch. Es gibt sogar einen Song auf YouTube, wer hat an der Uhr gedreht von mir, zu diesem Thema. Also erstmal die Uhrzeit korrigieren, der größte Schwachsinn in Europa, denn die Menschheit je nicht mehr rückgängig geschaltet hat. Bei der Natur ist es ja egal, welche Uhr benutzt wird, die Natur, und die Menschheit ist ja der Natur auch egal. Die Natur wird überleben, der Mensch nicht, wenn er nicht mal in der Lage ist, die Uhr richtig anzunehmen. Aber das wollte ich mir jetzt nicht antun. Dann kommt Clem an die trockene Ferse und dann wird noch ein bisschen Quartett gespielt mit der entsprechenden Literatur. Also, der größte Schwachsinn, wie schon gesagt, sei da. Na ja, regen Sie sich nicht auf, machen Sie sich einen schönen Sonntag und drehen Sie an der Uhr. Die richtige Richtung nicht vergessen und vorm Schulgang.